Aufatmen bei Dortmund und Leipzig. Nach zwei Zitterpartien stehen beide Bundesligisten im Achtelfinale der Europa League. Nach dem 1-1 bei Atalanta Bergamo und dem 0-2 gegen den SSC Neapel lagen die Emotionen bei den Spielern irgendwo zwischen Enttäuschung und Erleichterung. Wenn du heute gar keine Chance hast und ein schlechtes Spiel machst, dann bist du zufrieden, da grübelst du erstmal. Aber natürlich, wir sind in der nächsten Runde, das zählt im Endeffekt. Die Erleichterung ist groß, definitiv. Ich glaube, wenn man den Spielverlauf betrachtet, wenn wir hier jetzt bis zur 80. Minute in 1-0-Rückstand geraten sind und dann hier das Spiel machen mussten, das ist natürlich ungünstig gewesen. Wir haben sehr, sehr viel investiert und haben zum Glück auch das 1-1 gemacht, um da auch eine Runde weiterzukommen. Der BVB rettete sich erst mit dem Ausgleichstreffer von Kapitän Marcel Schmelzer in der Schlussphase ins Achtelfinale. In Leipzig musste RB nach zwei Treffern der Neapolitaner bis zum Schluss darum kämpfen, ein weiteres Tor und das damit folgende Ausscheiden zu verhindern. Am Ende richtete sich der Blick in beiden Lagern mit Vorfreude auf das Achtelfinale. Der Wettbewerb ist mittlerweile sehr interessant geworden, weil so viele gute Mannschaften, traditionsreiche Mannschaften auch dabei sind. Ich glaube, da ist fast jedes Los ein Kracher und da freuen wir uns einfach drauf. Es ist ein großes Erlebnis auch für uns als Vereinsspieler im März noch im europäischen Wettbewerb in der K-Runde dabei zu sein. Natürlich, das ist etwas Großes und wir wollen solche Spieler noch mehr und mehr erleben. Damit die europäischen Titelträume beider Vereine auch noch bis zum Finale im Mai andauern, brauchen jedoch sowohl RB Leipzig als auch Borussia Dortmund unbedingt eine Leistungssteigerung. Wenn Sie überPeople suspended durch und lore wollen viele Potenziale um攝te heute auch acá. если haben unseren Trainerяниin dann macht's Zeit antes ist, Überlooking den parc ouncesen.